Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ich saß in einem polizeilichen Verhörraum in der mittelgroßen Stadt im mittleren Westen, in der ich mein ganzes Leben verbracht hatte, mit meinem Freund und Anwalt Ralf Boston an meiner Seite. Ralf flüsterte mir zum zweiten Mal innerhalb von fünf Minuten zu, Lukas, ich rate dir wieder nichts zu sagen, nimm nur dein Recht auf einen Anwalt wahr. Mein Name ist Lukas Worthington, ein prestigeträchtiger Name, vor allem wenn man meinen selten verwendeten zweiten Vornamen Rockefeller hinzufügt, denn meine Eltern sind unglaublich wohlhabend. Ich bin auch reich, aber nicht wegen ihnen. Ich habe mein Vermögen als Dotcom-Spezialist gemacht und bin mit 29 Jahren über 50 Millionen Dollar wert. Trotz meines Reichtums betrachte ich mich nicht als Teil der Oberschicht. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ mit Geld. Ich trinke Bier, spiele Basketball, sehe mir Baseballspiele von der Tribüne aus an, gerate in Schlägereien und verbringe mindestens 40 Stunden pro Woche mit ehrenamtlicher Arbeit, hauptsächlich für eine Wohltätigkeitsorganisation, die ich für benachteiligte Kinder in den Armenvierteln meiner Stadt gegründet habe. Ich stehe kurz davor, von zwei Detektives zu den jüngsten Morden an meiner schönen, aber untreuen Frau Ashley und einem ihrer Liebhaber, Prat Sidley, befragt zu werden, die sich vor ein paar Nächten in Sidles Wohnung ereignet haben. Ich fühle mich nicht allzu schlecht dabei, denn Ashley hat sich gleich nach unserer Heirat in eine betrügerische Goldgräberin verwandelt und ich hatte vor, in den nächsten zwei Wochen die Scheidung wegen Ehebruchs einzureichen. Was Prat Sidley betrifft, so war er ein Idiot, den ich zweimal verprügelt habe, nicht wegen Ashley, sondern weil er ein Großmaul war, das zur falschen Zeit das Falsche sagte. Detektive Roy Benson, ein erfahrener Beamter, betrat den Raum, gefolgt von einem neueren Detektive, Will Watzon. Obwohl Watzon schon seit mehreren Jahren Polizist war, habe ich keine Ahnung, wie er zum Detektive befördert wurde. Er sieht gut aus und redet viel, was manche Leute charmant finden. Aber ich denke, er ist dumm wie Bohnenstroh. Meine Augenbrauen hoben sich und ich lächelte innerlich. Benson begann. So wie ich das verstehe, bist du bereit, mit uns zu reden, Lukas? Obwohl dein Anwalt hier ist. Zunächst einmal, Detektive Benson, bin ich nicht ihr Freund, also sprechen Sie mich mit M. R. Wardhinkton an, sagte ich. Bevor ich zu Ende sprechen konnte, gluckste Watzon. Ich wandte mich an Watzon und sagte, Wissen Sie, Will, jedes Mal, wenn ich Sie sehe, muss ich an den Filmmenagerie denken. Er schaute verwirrt, aber bevor er antworten konnte, fuhr ich fort. Ich erinnere mich, wie Dean Weyer zu Flunder sagte, Du kannst nicht fett, dumm und hässlich durchs Leben gehen, mein Sohn. Das ist zwar kein exaktes Zitat, aber es kommt ihm schon sehr nahe. Du erinnerst mich an Flounder, also halte für dieses Verhör dein fettes, dummes, hässliches Maul, oder ich mache mit dir das, was ich in unserem Juniorjahr an der Hatzenhai nach dem Football-Training im Umkleideraum gemacht habe. Erinnerst du dich daran? Für mich war es eine schöne Erinnerung, aber nicht für Will. Nach dem Training nannte Watzon mich einen geilen Schwächling und schubste mich. Ich warf ihn zu Boden, hielt ihn fest und steckte seinen Kopf in die Toilette, was mir einen Platzverweis einbrachte. Aber das war es wert. Das ist doch nicht nötig, im Erwort hängten, schnauzte Benson. Dann sagen Sie Ihrem Partner, er soll die Klappe halten. Ich bin bereit, Fragen zu beantworten. Aber sein Verhalten werde ich nicht dulden, knurrte ich. Watzon sah aus, als wollte er mich angreifen, aber er hatte nicht den Mut dazu. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ich es riskiere, einen Polizisten zu verärgern, der mir das Leben schwer machen könnte. Aber das wird später klar werden. Benson flüsterte Watzon etwas zu, der sich in seinem Stuhl zurücklehnte und mich anstarrte. Bevor ich unterbrochen wurde, wollte ich sagen, dass dieses Gesprät unter der Bedingung vereinbart wurde, dass es auf Video aufgezeichnet wird und in dem Moment, in dem sie mich anlügen, beendet wird. Außerdem müssten Sie sich beeilen, denn ich würde Ihnen nur zwei Stunden Zeit geben. Wir vereinbaren kein Zeitlimit, sagte Benson verärgert. Offensichtlich haben Sie entweder nicht mit Chief Jackson gesprochen oder ihm nicht zugehört, denn ich habe diese Bedingungen deutlich gemacht und er hat sie akzeptiert. Sind Sie einverstanden oder soll ich gehen? Benson und ich starten uns 30 Sekunden lang an, bevor er sagte, Okay, dann fangen wir an. Ich nahm meine Uhr ab und startete den Timer. Benson begann sein Verhör, wobei Watzon ihm nur zuflüsterte, weil er wusste, dass ich keine seiner Fragen beantworten würde. Ich habe alles ehrlich beantwortet, auch wenn Sie mir nicht geglaubt haben. Ich wusste, dass Sie nie beweisen konnten, dass ich derjenige war, der meine betrügende Frau und ihren Liebhaber getötet hatte. Etwa eine Stunde später flüsterte Watzon etwas zu Benson. Er sagte, Wie erklären Sie sich das Vorhandensein Ihrer DNH-Aufsiedlis-Kleidung? Ich hielt den Timer meiner Uhr an, legte sie an mein Handgelenk und sagte, Das ist Ihre erste und einzige Lüge. Auf Wiedersehen und stand auf. Daraufhin gingen Ralf und ich. Benson und Watzon riefen uns noch etwas hinterher, aber ich hörte nicht zu und schenkte ihren Worten keine Beachtung. Ralf und ich gingen zu seinem Büro, das nur ein paar Blocks vom Polizeipräsidium entfernt lag, und kicherten die meiste Zeit des Weges miteinander. Als wir den geschlossenen Konferenzraum betraten, lachte Ralf. Ich weiß nicht, wer Sie sind, der mutigste oder der dümmste Kunde, den ich je hatte. Kann ich beides sein? Ich grinste. Warum warst du so selbstbewusst im Umgang mit den Polizisten, Lukas? Aus zwei Gründen. Erstens war ich es nicht und zweitens habe ich ein unbestreitbares Alibi, das durch eine Videoaufzeichnung für die gesamte mögliche Zeit des Mordes gestützt wird, die laut Gerichtsmediziner zwischen 12 und 15 Uhr am Nachmittag des 5. dieses Monats lag. Woher stammt das Video? Das ist ein Video von einer Basketball-Klinik, in der ich getestet wurde, in einer Stadt 90 Meilen von hier, und die gesamte Zeit davon ist auf Video, beginnend um 11 Uhr Uhr, eine Stunde Mittagspause um 12 Uhr 30 Uhr und endend vor 16 Uhr Uhr. Es wurde von einem Mann gefilmt, dessen Hauptberuf ein Polizeivideofilmer ist, aber ich habe ihn dafür bezahlt, dass er es in der Klinik gefilmt hat, weil ich vorhabe, das meiste davon für Präsentationen in Jungen- und Mädchenclubs im ganzen Land in Verbindung mit meiner Wohltätigkeitsorganisation zu verwenden. Ich habe ein Dutzend Kopien in meinem Safe zu Hause. Lassen Sie mich die legalen Eltern bitten, mit Ihnen zu gehen und eine Kopie für mich zu besorgen, lächelte Ralf. Erst, wenn Sie mich zum Mittagessen einladen. Die Arbeit mit Wazon und Benson hat mich hungrig gemacht, kicherte ich. Zwei Tage später, um 6.30 Uhr morgens, stellten mir Wazon und etwa ein halbes Dutzend anderer Polizisten einen Durchsuchungsbefehl zu. Ich bin mir sicher, dass sie mich wecken und belästigen wollten, aber ich hatte bereits eine halbe Stunde lang trainiert. Wazon grinste breit, als er den Durchsuchungsbefehl zustellte. Viel Spaß, Idiot, brummte ich und nahm mein Fahrrad, um mein Training draußen zu beenden. Klauen Sie nichts. Alle wertvollen Dinge sind in meinem Katalog aufgeführt, antwortete Wazon verärgert. Die beiden Gründe, warum ich kein Problem damit hatte, sie mein Haus durchsuchen zu lassen, waren, dass ich nichts zu verbergen hatte und dass ich in jedem Zimmer professionell versteckte Hightech-Kameras hatte, mit denen ich Ashley ursprünglich beim Fremdgehen erwischt hatte, obwohl ich ihr nie von diesen Beweisen erzählt hatte. Als ich etwas mehr als eine Stunde später von meiner Fahrradtour zurückkehrte, war die Polizei bereits unterwegs, war zonsammig und überreichte mir mit einem breiten Grinsen eine Tüte mit Beweismitteln, in der sich, wie sich herausstellte, eine Waffe befand. Da ich keine Waffe besaß, wusste ich, dass sie platziert worden war, aber ich war nicht beunruhigt, denn die Kameras zeigten, dass sie platziert worden war. Nach der Überprüfung der Kameras, die etwa eine Stunde dauerte, rief ich sofort Ralf an und brachte ihn auf den neuesten Stand. In zwei Tagen würden sie mich verhaften. Ralfs Freund auf dem Polizeirevier alarmierte ihn und er und ich tauchten auf dem Revier auf, als das Einsatzkommando gerade ausrücken wollte, um mich in aller Öffentlichkeit bei meiner Wohltätigkeitsorganisation zu verhaften, wobei bereits zwei lokale Fernsehsender anwesend sein sollten. Sie waren sehr verärgert, dass ich ihnen den Ruhm gestohlen hatte. Ich lächelte nur. Ralf hatte bereits einen Antrag auf eine Kautionsverhandlung am nächsten Morgen beim Richter des Erdlichen Gerichts gestellt. Ich verbrachte nur eine Nacht im Gefängnis. Diese Mistkerle steckten mich in eine Zelle mit einem echten Dreckskerl namens Melvin Brixier, mit dem sie sicher vereinbart hatten, mich zu verprügeln. Auch das hat aus zwei Gründen nicht funktioniert. Ich habe Melvin überrumpelt, indem ich ihm gleich beim Betreten der Zelle sagte, dass ich weiß, dass die Bullen ihm etwas versprochen haben, wenn er mich verprügelt. Danach sagte ich ihm sofort, dass ich reich sei und dass ich selbst kein Versager sei und dass ich, wenn er zu meinen Gunsten aussagen würde, die Dienste des besten Strafverteidigers in der Gegend bezahlen würde, der seinen Fall übernehmen würde, und wenn ihm dieser Deal nicht gefiele, dann würde er sich über meine körperliche Reaktion wundern und dass ich nicht aufhören würde, bis einer von uns stirbt. Als Ralf mich am nächsten Tag bei meiner Kautionsanhörung traf, sagte ich ihm, dass ich für Melvins Verteidigung aufkomme und bat seinen Seniorpartner, einen Strafverteidiger, sich noch am selben Tag mit Melvin zu treffen. Zum Abschied schüttelte ich Melvin die Hand und die beiden Gefängniswärter, die mich begleiteten, schauten uns mit offenem Mund an. Der Staatsanwalt selbst war bei der Kautionsverhandlung anwesend. Es war ein Wahljahr. Dieser Staatsanwalt hatte mit meinem Vater zu tun, als er noch als Anwalt tätig war und er bekam, was er verdiente. Er behandelte den Fall, um seine Wiederwahl zu sichern, als einen Fall für die Öffentlichkeit. Er machte sehr abfällige Bemerkungen über mich, was mich sehr wütend machte. Glücklicherweise hat Ralf einen viel kühleren Kopf als ich, so dass er die Argumente des Staatsanwalts mit Logik abschwächte, anstatt ihn so zu nennen, wie er war. Ralf wies auch darauf hin, dass meine Wohltätigkeitsarbeit unterbrochen würde, wenn ich ins Gefängnis käme und dass bei mir eindeutig keine Fluchtgefahr bestehe. Ich wurde gegen eine Kaution von zwei Millionen Dollar in Bar freigelassen und musste meinen Reisepass abgeben, allerdings ohne Handgelenküberwachung. Als ich in Ralfs Büro zurückkehrte, hatten wir unsere Strategie in etwas mehr als zwei Stunden ausgearbeitet. Als wir fertig waren, grinsten wir. Er ließ sofort seinen technischen Experten die DVD mit meinem Alibi durchsehen, die ich ihm gegeben hatte. Wir stellten die relevanten Szenen aus meinen Hauskameras während der polizeilichen Durchsuchung in ein leicht lesbares Anzeigeformat ein und Ralf begann, die Alibi-Zeugen zu kontaktieren, um sie zu bitten, weniger mit der Polizei zu kooperieren. Das Erste, was Ralf jedoch tat, war, dem Gericht mitzuteilen, dass wir unser Recht nach staatlichem und lokalem Recht auf eine Verhandlung innerhalb von 90 Tagen nach meiner Verhaftung wahrnehmen würden, was unendlich viel schneller war, als der Staatsanwalt und das Gericht es gewohnt waren. Die meisten Angeklagten, vor allem wenn sie auf Kaution frei sind, wollen das Verfahren so lange wie möglich hinauszögern. Im Gegensatz zu den meisten Angeklagten habe ich auch die Medien nicht gemieden und jedem Reporter, der darum bat, Interviews gegeben, Radio, Fernsehen, Zeitungen, soziale Medien, was auch immer. In jedem Interview nannte ich den Bezirksstaatsanwalt einen Idioten, der inkompetent sei und bei der nächsten Wahl abgeschätzt werden sollte und die Polizeibeamten, die meinen Fall bearbeiteten, als korrupt und ineffektiv, während ich den Rest der Polizei lobte. Ich weiß mit Sicherheit, dass ich viele Leute verärgert habe. Das war meine Absicht. Der Staatsanwalt beauftragte die Staatsanwalt in Sozanne-Karne mit der Leitung des Falles. Sie war jung, aber bereits erfahren, obwohl sie nach einer chaotischen Scheidung, von der ich erfuhr, als ich sie im Internet fand, gerade aus einer größeren Stadt in sein Büro gewechselt war. Sie war erst 30, nur ein Jahr älter als ich, und dem Foto nachzuerteilen, war sie einfach umwerfend. Obwohl sie eindeutig intelligent und kompetent war, war es für sie sehr schwierig, sich in weniger als 90 Tagen einen Fall vorzubereiten, wenn sie andere Verpflichtungen hatte und sich in einem neuen Arbeitsumfeld befand. Nachdem sie den Fall etwa zwei Wochen lang bearbeitet hatte, bat sie um eine Besprechung mit Ralf und mir. Wir stimmten nur zu, weil ich sie kennenlernen wollte. Wir gingen zu ihrem Büro, wo sie mit zwei stellvertretenden Staatsanwälten, Benson und Wazon, und einer attraktiven, wenn auch seltsam gekleideten, jungen Frau wartete, deren Titel mir unbekannt war und die uns nicht vorgestellt wurde. Ralf und ich waren höflich, aber wir sagten nicht viel. Karne zählte die Höhepunkte ihres Falles auf. Die Mordwaffe, eine Pistole des Kalibers 380, wurde bei einer Durchsuchung in meiner Wohnung gefunden und von der Ballistik eindeutig identifiziert, und es wurde auch meine DNA daran gefunden. Das Video meines Alibis endet um 13.50 Uhr, was mir laut Gerichtsmediziner genug Zeit gab, den Mord um 15.00 Uhr zu begehen. Ich hatte ein starkes Motiv, denn Sidley und Ashley hatten eine Affäre, und sie loszuwerden war billiger als eine Scheidung. Meine Streitigkeiten mit Sidley in der Vergangenheit, bei denen sie behauptete, Sidley hätte mich übervorteilt, sind eindeutig nicht wahr, aber die Quelle dieser Information war eine Freundin von mir, die zwar nicht gelogen, aber falsch berichtet hat. Aufgrund ihrer Großzügigkeit stimmte sie jedoch zu mich des Totschlags ersten Grades schuldig zu sprechen, was wie zuvor vereinbart, eine Haftstrafe von 8 bis 15 Jahren bedeutet. Während ihrer Rede lächelten Ralf und ich nur. Das schien alle auf ihrer Seite zu verunsichern. Als sie geendet hatte, sagte ich, Miss Karne, könnten wir uns mit Ihnen einzeln und ohne Fremde treffen. Das brachte ihr gesamtes Team völlig aus dem Konzept. Ich, hey, ich kann das nicht tun. Es ist unethisch, mit Ihnen allein zu sprechen, während ich von einem Anwalt vertreten werde. Eigentlich, Miss Karne lächelte Ralf, da sowohl er mehr Wort hinkten als auch ich völlig einverstanden sind, gibt es kein ethisches Problem und wir werden beide eine entsprechende Erklärung unterschreiben. Nach einer Minute unbeholfenen Hin und Her kicherte ich und sagte, rufen Sie bitte Ihre Sekretärin an, diktieren Sie ihr oder ihm diese Erklärung und bitten Sie sie, sie hierher zu bringen, damit ich und Ralf sie unterschreiben können. So Zanne rief ihre Sekretärin an, diktierte, was sie wollte und während wir auf das Dokument warteten, verwickelte ich So Zanne in die angenehmste nicht-juristische Konversation, die mir möglich war und lächelte sie ständig an. Weniger als fünf Minuten später kam ihr Sekretär, ein Mann, mit einem Dokument herein. Nach einem kurzen Blick unterschrieben Ralf und ich es. Die Sekretärin und einer der stellvertretenden Staatsanwälte bezeugten unsere Unterschriften und die Sekretärin ging, um Kopien für uns zu machen. Danach verließen alle außer mir und So Zanne den Raum. Sobald die Tür geschlossen war, begann ich, So Zanne, da Sie relativ neu hier sind, möchte ich Ihnen einige Dinge sagen, die Sie vielleicht noch nicht wissen. Detektive Watzon ist korrupt und Ihr Chef, der Staatsanwalt, ist inkompetent. Wenn Sie diesen Fall weiterverfolgen, werden sowohl die Polizei als auch Ihr Büro völlig entehrt sein, so entehrt, dass es schwierig sein wird, sich davon zu erholen. Andere, die mit Ihnen zusammenarbeiten, haben nicht Ihr bestes Interesse im Sinn. Haben Sie mir etwas Bestimmtes zu sagen? Sie schmolte, Nein, ich werde das dem Gericht überlassen. Wenn Sie sich entscheiden, weiterzumachen, dann nur als Warnung, dass nichts so ist, wie es scheint, und Sie sollten sich den Fund der Waffe und mein Alibi genauer ansehen. Ich möchte nicht, dass Sie persönlich dafür belangt werden. Wenn Sie nicht weiter nachforschen, schlage ich vor, dass Sie den Staatsanwalt bitten, den Fall neu zuzuweisen. Was kümmert Sie das? Sie schmolte wieder, Weil ich dich mag und nach dem Tod meiner betrügerischen Frau auf der Suche nach einer neuen Beziehung bin und dich gerne näher kennenlernen möchte, antwortete ich mit einem Lächeln. Offensichtlich war Sozanne verblüfft, denn sie starrte mich zwei Minuten lang mit offenem Mund an. Schließlich erlangte sie die Fähigkeit, zu sprechen wieder und fragte, meinen Sie das ernst oder ist das eine Art Trick? Ich sage dir, wie ernst ich es meine. Ich weiß, dass dein Lieblingskünstler Bon Jovi ist und mit meinem iPhone kaufe ich dir und mir von einem Freund zwei Karten für sein nächstes Konzert in New York, das in genau 123 Tagen stattfindet und ich lade dich ein, mit mir zu kommen. Ich lächelte und holte mein iPhone heraus. Nach einer weiteren langen Pause sagte sie, Du bist verrückt. Sagen Sie mir einfach, ob Sie mein Angebot annehmen, das nach dem heutigen Tag ausläuft. Miss Kahne, es tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, nachdem Sie mich für nicht schuldig befunden haben und ich werde so freundlich zu Ihnen sein, wie ich kann. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich lehne Ihr Angebot und alle weiteren Einigungen ab, weil ich unschuldig bin. In diesem Moment, als sie immer noch halb schockiert war, nahm ich schnell ihre Hand, küßte sie und verließ den Raum. Als wir das Gebäude verließen und an Wazon vorbeikamen, zeigte ich ihm den Mittelfinger. Ralf kicherte, wie ist es gelaufen? Sie hat mein Angebot für ein Date bei einem Bon Jovi-Konzert in New York abgelehnt, aber sie war an mir interessiert. Ich werde es nach der Verhandlung noch einmal versuchen. Wird sie in Anbetracht dessen, was dort passiert, jemals wieder mit dir reden? Ich hoffe es, kicherte ich. Vielleicht entwickelt sie einen Sinn für Humor. Traum, lachte Ralf. Ich möchte Ihnen den Ausgang meines Prozesses nicht im Voraus verraten, aber ich muss Ihnen ein paar Dinge sagen. Die DVD, die wir der Staatsanwaltschaft mit meinem Alibi gegeben haben, scheint um 13.50 Uhr abzubrechen, aber wenn man sie noch 30 Minuten weiter abspielt, setzt sie um 13.50 Uhr fort und zeigt mich, bis sie um 16.00 Uhr abbricht. Wenn die Staatsanwaltschaft oder die Polizisten sie weiter abgespielt hätten, anstatt sie bei Statik abzubrechen, hätten sie es gesehen. Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft den Eindruck, dass Ichli und ich keinen Ehevertrag hatten, aber es gab einen, obwohl die einzigen Personen, die davon wussten, mein Wirtschaftsanwalt Ralf und ihre Freundin waren, die bei der Unterzeichnung dabei war, aber jetzt über 2000 Meilen weit weg lebt. Wir hatten sie auf einer langen Liste als Zeugin aufgeführt, aber die Staatsanwaltschaft konnte sie nie kontaktieren und nach den örtlichen Vorschriften waren wir nicht verpflichtet, die Aussagen von Zeugen preiszugeben. Glücklicherweise bekamen wir einen guten, aber gefühlvollen Richter, obwohl angesichts der Stärke unseres Falles jeder geeignet gewesen wäre. Die Jori wurde in nur zwei Stunden ausgewählt. Unser Jori-Berater und Ralf waren zufrieden, obwohl wir das Gefühl hatten, dass wir uns gut geschlagen hatten. Es gab keinen Grund, keine guten Geschworenen auszuwählen. Die Anklage begann mit dem Gerichtsmediziner, der Fotos des grausamen Todes sowie den Todeszeitpunkt und die Todesursache zwischen 12.00 und 15.00 Uhr am Nachmittag des 5.00. Oktober präsentierte zwei Einschüsse vom Kaliber 380 in Ziedlis Kopf und Ashley, an denen sie starben. Dies waren seine Hauptaussagen. Ralfs einziges Kreuzverhör zielte darauf ab, den genauen Zeitpunkt und die Art und Weise des Todes festzustellen. Der Polizeizeuge, der meine finanzielle Situation einschätzte, sagte aus, wie viel Geld ich Ashley zahlen müsste, wenn wir uns scheiden ließen, da Ehrbruch kein Grund für ein Scheidungsverfahren ist und es keine Beweise für einen Ehrvertrag gibt. Ralf konnte viele Punkte sammeln, indem er einen Ehrvertrag als Beweismittel vorlegte, der ihre Zahlungen im Falle einer Scheidung wegen Untreue auf 50.000 Dollar und im Falle einer Scheidung aus einem anderen Grund auf nur 1.000 Dollar beschränkte. Ralf brachte die Zeugen auch in Verlegenheit, indem er sie fragte, ob sie jemals versucht habe, sich mit meinem Wirtschaftsanwalt in Verbindung zu setzen, um herauszufinden, ob es einen Ehrvertrag gäbe und nicht nur auf der Grundlage dessen, was sie von Ashleys Freunden gehört hatte. Dann rief Sozanne einen Ballistikexperten auf, der die in meiner Wohnung gefundene Pistole des Kalibers 380 eindeutig als die Mordwaffe identifizierte und einen DNH-Experten, der bezeugte, dass sich meine DNA auf der Waffe befand. Ralf nahm sie ins Kreuzverhör, um klarzustellen, dass der Ballistikexperte nicht persönlich wusste, wie die Waffe gefunden wurde und der DNA-Experte sagte aus, dass sich auf den Kugeln in der Waffe keine DNA befand und dass sie angesichts der Stellen auf der Waffe, an denen DNA gefunden wurde, durch Übertragung dorthin gelangt sein könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt schien Sozanne zuversichtlich. Wazun sagte über den Durchsuchungsbefehl für mein Haus aus und darüber, wie innerhalb von 30 Minuten korporalsche Rue Billings, eine der Beamtinnen, die die Durchsuchung durchführten, die Waffe fand, Detektive Wazun rief, der sie mit seinen behandschuhten Händen aufhob und in eine Tasche steckte, während Detektive Wazun sie sich ansah. Seine Zeugenaussage dauerte nur etwa 20 Minuten. Als Ralf zum Kreuzverhör aufstand, hielt er die Fernbedienung für den Großbildprojektor im Gerichtssaal in der Hand. Detektive Wazun, was hatten Sie am Tag der Durchsuchung an? Fragte Ralf. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, antwortete Wazun. Ralf zeigte ein Foto, das von einer Kamera an der Eingangstür aufgenommen worden war und auf dem er eine dunkelblaue Hose, ein hellblaues, langärmeliges Hemd, eine auffällige rot-gelbe Krawatte, schwarze Anzugsschuhe und ein sperrig wirkendes Tweed-Sport-Shackett trug, das vor meinem Haus mit einer Vielzahl von Polizisten aufgenommen worden war. Ist dies ein Foto von Ihnen am Tag der Durchsuchung, das Ihre Kleidung zeigt? Hey, ja, es sieht so aus, antwortete Wazun. Ich habe Sie nicht gefragt, ob es ähnlich ist. Abhängig davon, ob Ihre Kleidung am Tag der Durchsuchung auf diesem Foto zu sehen ist oder nicht, können wir, falls nötig, Corpora Billings oder andere Beamte als Zeugen vorladen, knurrte Ralf feindselig. Hey, ja, genauso war ich am Tag der Durchsuchung gekleidet. Wie oft tragen Sie diese Krawatte? Nicht oft, um ehrlich zu sein. Es ist eine neue Krawatte und da es ein wichtiger Tag war, habe ich beschlossen, sie zu tragen, antwortete Wazun. Waren Sie jemals vor dem Tag der Durchsuchung in M. Wartingtons Haus? Nach einer Pause, in der er etwas zu ahnen begann, antwortete Wazun. Ich? Ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht. Sind Sie mit M. Worthington oder seiner Ex-Frau Ashley befreundet? Nein. Welchen Grund könnten Sie haben, zu einem anderen Zeitpunkt als während einer Durchsuchung in Ihrem Haus zu sein? Ich kann mich an keinen einzigen Grund erinnern. Sie waren noch nie im Haus der Worthingtons, außer am Tag der Durchsuchung, nicht wahr, Detektive Wazun? Ralf knurrte. Nach einer weiteren Pause bewegte sich Wazun in seinem Stuhl und antwortete, Nein. Hier ist ein Video, auf dem jemand eine grüne Zahnbürste aus M. Worthingtons Badezimmern nimmt, fuhr Ralf sofort fort und zeigte die Szene von der Kamera in meinem Badezimmer. Sind Sie das mit Ihrer charakteristischen gelb-roten Krawatte, Detektive Wazun? Ich? Dich? Ich habe dieses Video noch nie gesehen, murmelte er unbeholfen. Wahrscheinlich nicht, gluckste Ralf. Beantworten Sie einfach die Frage. Nach einer weiteren Verzögerung? Ja, so ähnlich, bist du derjenige, der einige der rot-weißen Kleidungsstücke aus dem Wäschekorb in M. Worthingtons Wäsche reinimmt? Wieder eine Verzögerung, ja. Haben Sie die Pistole unter Ihrer Tweetschecke in M. Worthingtons Schrank hervorgeholt, sie mit den grünen Borsten einer Zahnbürste eingerieben, dann ihr rot-weißes Hemd damit eingerieben und sie dann in die oberste Schublade des Schranks neben dem Fenster in M. Worthingtons Schrank gelegt? Ein schockierter Wazon starrte stung auf den Bildschirm, als das Video dreimal hintereinander abgespielt wurde. Ich berufe mich auf den fünften Verfassungszusatz, sagte er atemlos. Hatten Sie eine Affäre mit Ashley, der Frau von M. Worthington? Ein schockierter Wazon murmelte so leise, dass der Gerichtsreporter ihn aufforderte, lauter zu sprechen. Ich bestehe auf den fünften Verfassungszusatz. Hier ist ein Video, das zwei Wochen vor dem Mord aufgenommen wurde und sie und Ashley beim Sex in einem von M. Worthingtons Gästezimmern zeigt. Nachdem der Richter das Sexvideo fünfzehn Sekunden lang gezeigt hatte, sagte er, Sie können das Video abschalten, M. Herr Boston. Wir haben es verstanden, beantworten Sie die Frage Detektive Wazon. Er murmelte, ich berufe mich auf den fünften Verfassungszusatz. Es gibt keine weiteren Fragen, erklärte Ralf. Der gesamte Gerichtssaal starrte auf Sozanne, die sich langsam erhob. Euer Ehren, können wir eine Pause machen. Sie brauchen ihn unbedingt, Miss Kanai. Wir treffen uns in zwei Stunden, sagte die Richterin und schlug auf den Hammer. Alle Geschworenen lächelten entweder oder schüttelten den Kopf. Detektive Benson war im Gerichtssaal. Ich ging auf ihn zu und fragte, Werden Sie Wazon jetzt verhaften? Er hatte einen glasigen Gesichtsausdruck, aber er antwortete, Ich habe keinen Haftbefehl, aber es gibt genügend Gründe für eine Anklage. Wenn nicht wegen Mordes, dann zumindest wegen Manipulation von Beweismitteln. Ich habe Mord geantwortet, keuchte er. Was glaubst du denn, wer Ischli und Zedli umgebracht hat? Das ist der Typ, der die Mordwaffe platziert hat. Nehmen Sie den Mut zusammen Benson und verhaften Sie ihn, knurrte ich. Zu meiner Überraschung nickte Benson dem Gerichtsvollzieher zu und die beiden nahmen Wazon fest, während wir zu Mittag Assen rief Sozanne Ralf an. Sie wollte sich mit ihm treffen. Wir erwarteten, dass sie sagen würde, sie ziehe sich von dem Fall zurück. Zu unserer Überraschung sagte sie stattdessen, Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen und er sagte, wir würden einen Schuldspruch wegen Totschlags zweiten Grades akzeptieren, nur zwei Jahre Gefängnis. Empört rief ich, Wollen Sie mir sagen, dass der Wazon, der meine Frau umgebracht hat, nur zwei Jahre bekommen wird? Sozanne, die den Anstand hatte, verlegen dreinzuschauen, antwortete, Nein, ich biete Ihnen diese Vereinbarung an, weil wir glauben, dass Sie wahrscheinlich eine Art Beziehung zu Wazon hatten. Ich war sprachlos. Ich ging so wütend auf sie zu, dass sie sich zu Tode erschreckte und nur weil Ralf die Kraft und Größe hatte, mich zurückzuhalten, schlug ich ihr nicht ins Gesicht. Ich hätte ihr niemals wehgetan, aber äußerlich war ich wütender als je zuvor. Als wir aus dem Konferenzraum rannten, schrie ich, Du, Ralf machte meiner Wut einen Strich durch die Rechnung, als er mich wegführte und flüsterte, heißt das, du nimmst sie nicht mit zum Bon Jovi-Konzert in New York. Ich starrte ihn einige Sekunden Lamm Wutentbrannt an und brach dann in Gelächter aus. Als wir nach einer zweistündigen Verzögerung wieder zusammenkamen, rief der Richter die Anwälte in den Zeugenstand. Sie unterhielten sich angeregt. Als Ralf zurückkam, fragte ich ihn, was los sei. Er sagte, der Richter habe angenommen, dass Sozanne die Klage wegen Voreingenommenheit abweisen würde. Als sie sich weigerte, wies der Richter sie zu Recht, aber sie ließ sich nicht beirren und sagte, der Staatsanwalt wolle, dass sie weitermacht. Ich schmunzelte. Nachdem Sozanne als nächsten Zeugen den Mann aufgerufen hatte, von dem sie glaubte, er habe den Ermittlern erzählt, dass Sidley mich verprügelt und mir damit ein Motiv gegeben habe, ihn zu töten, wurde ihr klar, dass alles zum Teufel ging, als Ralf bei der direkten Befragung nicht einmal ein Kreuzverhör durchführen musste. Er sagte, Detektive Wazun muss mich missverstanden haben. Ich habe ihm gesagt, dass obwohl Sidley den Streit angezettelt und Lukas zuerst geschlagen hat, Lukas sein Gesicht gereinigt hat und Sidley die Nacht im Krankenhaus verbracht hat. Sozanne rief dann den Videofilmer an, um mein Alibi aufzunehmen. Nachdem sie geklärt hatte, dass es sich um den offiziellen Videofilmer der Polizeibehörde der Stadt handelte, in der sich meine Basketballklinik befindet, fragte sie, haben Sie sich die Videoaufnahme angesehen, die Sie gemacht haben und die als Beweisstück Nummer 14 vorliegt? Ja, ist das eine vollständige Videoaufzeichnung der Veranstaltung? Ja, zeigt sie, dass der Angeklagte MR Worthington bis etwa 13.50 Uhr dort war. Nein, es zeigt, dass er bis etwa 16.00 Uhr anwesend war. Und selbst dann sprachen wir mit ihm bis etwa 16.30 Uhr, als er ging, um die 90 Meilen nach Hause zu fahren. Ich habe mir die DVD angeschaut und sie hat bei 1.35 Uhr aufgehört und danach war nur noch Rauschen zu sehen, sagte der Staatsanwalt überrascht. Sie haben die Störung offensichtlich nicht gesehen und ich habe keine Ahnung, wie sie auf ihre DVD-Kopie gekommen ist. Wenn Sie das tun, werden Sie sehen, dass es bis zu vier Stunden anhält. So Zanne gab dem Zeugen eine Fernbedienung. Er spulte durch das Rauschen vor und zeigte den Rest des Videos und sie stoppte ihn, als er bis 3.00 Uhr vorspulte und setzte sich dann hin. Ralf ließ die Zeugen bis zum Ende vorspulen. Auf der DVD war 16.00 Uhr zu sehen und der Videofilmer bestätigte, dass er mich mit eigenen Augen bei der Veranstaltung von etwa 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr gesehen hatte. Normalerweise entlässt die Richterin zu diesem Zeitpunkt die Geschworenen und die Verteidigung stellt einen trivialen Antrag auf ein Urteil. Die Richterin kümmerte sich nicht darum. Sie fragte, Emmer, Boston, haben Sie einen Antrag? Ja, euer Ehren. Ich beantrage den Angeklagten für nicht schuldig zu erklären. Ich habe die Erlaubnis, sagte sie und schlug auf ihren Hammer. Miss Karnay, ich warte in meinem Zimmer auf Sie. Die Geschworenen sind entlassen. Dankenswerterweise war die Presse danach auf den Stufen des Gerichtsgebäudes auf Interviews erpicht. Rals schimpfte zuerst darüber, dass die Staatsanwaltschaft mir einen schlechten Dienst erwiesen habe und dass er die ganze Zeit gewusst habe, wie der Fall ausgehen würde und dass, wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft ehrlich gewesen wären, der Fall nie zur Anklage gebracht worden wäre. Er war ein wenig vorsichtig mit seinen Worten. Ich war es nicht. Nach dem Gespräch mit Ralf sagte ich ihm, dass jeder, der bei der kommenden Wahl für einen korrupten Staatsanwalt stimmen würde, ein Narr sei, dass Vazon der Mörder sei und dass die Polizei ihre eigenen Ermittlungen durchführen sollte. Ich sagte auch, dass ich den Staatsanwalt wegen falscher Strafverfolgung verklagen würde. Ein anderer Anwalt aus Ralfs Kanzlei reichte am nächsten Tag Klage ein und nannte den Bezirksstaatsanwalt Sozanne, die ich für einen herzlosen Narren hielt, und Detektive Vazon als beklagte. Die lokalen Medien brachten die Geschichte groß heraus. Der Staatsanwalt und der Polizeichef tauchten unter. Drei Tage, nachdem die Anklage fallen gelassen wurde, kam eine junge Frau auf mich zu, als ich gerade meine Arbeit bei meiner Wohltätigkeitsorganisation beendete, nachdem ich gerade ein außerschulisches Programm für benachteiligte Mädchen und Jungen geleitet hatte. Ich erkannte sie nur vage. M.R. Wort hinken, ich bin Shirley Williams, sagte sie und hielt mir ihre Hand hin. Ich schückelte sie und sagte dann, ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen, aber ich kann es nicht zugeben. Ja, wir wurden uns zwar nicht vorgestellt, aber ich saß im Gerichtssaal, als sie ihre ersten Verhandlungen mit Miss Karnei führten und ich war bei ihrer Verhandlung dabei. Jetzt hat sich alles gefügt. Obwohl ihr Kleid knapp war und sie eine scheinbar absichtlich hässliche Brille trug, war sie mir auf den ersten Blick als attraktiv aufgefallen und jetzt, wo sie mir gegenüber saß, sah sie noch besser aus. Was haben sie mit meinem Geschäft zu tun? Ich fragte sie und hielt ihre Hand etwas länger als nötig oder angemessen. Ich bin Praktikantin, frisch von der juristischen Fakultät und Beobachterin. Mein Praktikum endet nächste Woche. Miss Karnei war es zu peinlich, selbst zu ihnen zu kommen, also hat sie mich gebeten, mit ihnen zu sprechen, fuhr Schlalli fort. Gehen wir in mein Büro? Ich lächelte und unterhielt mich mit ihr, während wir ein paar hundert Meter vom Freizeitzentrum, in dem ich ein außerschulisches Programm abhielt, zu meinem Bürogebäude gingen. Als wir mein Büro betraten, lud ich sie ein, sich zu setzen. Sie schaute sich um. Dein Büro ist viel schöner und ordentlicher, als ich erwartet habe, sagte sie. Tut mir leid, dass ich sie enttäuschen muss, lächelte ich. Sie lächelte zurück und führte dann fort. Alle Mitglieder der Staatsanwaltschaft entschuldigen sich für die Fehleinschätzungen, die bei ihrem Fall aufgetreten sind, sind aber verwundert über die statische Lücke in der DVD, die sie als Alibi angegeben haben. Sie sind verblüfft, richtig? Ich lächelte wieder. Außerdem wollen sich Miss Karnei und alle anderen Beteiligten wirklich für alles entschuldigen. Wäre alles gründlicher untersucht worden, wäre der Fall noch vor der Verhandlung abgeschlossen worden. Das stimmt, lächelte ich wieder. Nach einer Pause sagte Shirley, du wirst es nicht einfacher machen, oder? Sollte ich? Ich lächelte wieder. Shirley, abgesehen davon, dass Miss Karnei wissen will, was sie tun kann, damit du deine Klage gegen sie fallen lässt. Nach einer langen Pause fragte ich, warum sind sie hier und nicht sie? Ich denke, dass sie nach ihrer Tirade gegen sie am letzten Tag des Prozesses Angst vor ihnen hat. Warum war sie vorher so ein herzloses Stück Dreck? Ich habe sie angegriffen. Sie hätte den Staatsanwalt zur Rede stellen und den Fall sofort nach Watzons Aussage fallen lassen sollen. Jetzt hat sie es begriffen und entschuldigt sich aufrichtig. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie müssen sie natürlich nicht beantworten. Und wenn Sie nicht wollen, können Sie aufstehen und gehen, ohne einen Kommentar von mir zu erhalten. Ist das klar? Ja, antwortete sie vorsichtig. Wie alt sind sie? 26. Ist diese Brille eine Fälschung? Ja. Warum trägst du sie? Um Männer davon abzuhalten, mich zu belästigen. Hast du eine romantische Beziehung? Nein. Bist du heterosexuell? Ja. Was sind deine Pläne nach dem Ende des Praktikums Ende nächster Woche? Ich hoffe, dass mir eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft angeboten wird, aber wenn nicht, werde ich eine Stelle in einer örtlichen Anwaltskanzlei finden, da ich die Gegend mag. Ich habe bereits zwei mögliche Stellenangebote. Was machen Sie am Samstagabend? Für heute habe ich noch keine Pläne. Vielleicht gehen meine Mitbewohnerin und ich in einen Club. Wie lautet Ihre persönliche Handynummer? Alle meine Fragen und alle Ihre Antworten wurden völlig sachlich gestellt, ohne Emotionen oder Gesichtsausdruck. Nach einer langen Pause sagte ich, sagen Sie, Miss Karnai, dass ich die Klage gegen Sie fallen lassen werde, wenn Ihnen eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft angeboten wird. Sagen Sie ihr, Sie soll dem Staatsanwalt sagen, dass Wazon, wenn er sich öffentlich aufrichtig entschuldigt, wegen des Mordes an meine Ex-Frau angeklagt wird, nicht nur wegen seiner aktuellen Fälschungsanklage. Und wenn Ihnen eine Stelle in der Staatsanwaltschaft angeboten wird, werde ich das Verfahren gegen ihn einstellen. Shirley gluckste leise. Willst du mich veräppeln? Ich antwortete stuisch. Auf keinen Fall. Lassen Sie mich das lieber schriftlich festhalten. Ich setzte mich an den Computer, schrieb auf, was ich gerade gesagt hatte, druckte es aus, unterschrieb es und datierte es am unteren Rand. Ansonsten sehen wir uns vor Gericht. Ich reichte das Papier an Shirley weiter. Sie sah es an, lächelte und sagte, Danke, MR Worthinken, und reichte mir die Hand. Ich schückelte sie und sagte, gern geschehen, Miss Williams. Als ich aus dem Fenster sah, wie sie mein Gebäude verließ, rief ich sie auf ihrem Handy an. Sie nahm es aus der Seitentasche ihrer Handtasche, schaute auf die Anruferlied, lächelte und antwortete, Charlie Williams. Hallo, Miss Williams, sagte ich. Lukas Worthinken. Ist das nicht der Lukas Worthinken, den ich gerade kennengelernt habe? Fragte sie mit einem leichten Anflug von Belustigung in ihrer Stimme. Derselbe. Ich habe gehört, dass sie für Samstagabend noch keine festen Pläne haben und ich habe mich gefragt, ob sie mit mir zu Abend essen und sich die Maustrepp im Artist-Playhaus ansehen wollen. Es ist das längste Stück der Geschichte. Vom Fenster aus sah ich ihr breites Lächeln. Nach einigem Zögern sagte sie, Ja, ich bin einverstanden, MR Worthinken. Möchten Sie, dass wir uns in einem Restaurant treffen? Nein, wenn es Ihnen nichts ausmacht, schicken Sie mir bitte ihre Adresse und ich hole sie am Samstagabend um 18.15 Uhr ab. Das werde ich tun, sagte sie und lächelte immer noch. Nachdem sie das Gespräch beendet hatte, sah ich, wie sie auf ihrem Smartphone herumtippte und sobald sie es in ihrer Handtasche zurücklegte, hörte ich einen Piepton auf meinem Handy. Zwischen dem Treffen mit Shirley am Dienstag und dem Zeitpunkt, an dem ich sie am Samstag abholte, bezahlte ich einen Privatdetektiv und erhielt einen vollständigen Bericht über sie. Ich brauchte nicht noch eine Goldgräberin wie Ashley und ich fühlte eine Verbindung zu Shirley, die mich in der kurzen Zeit, in der wir uns unterhielten, faszinierte. Es stellte sich heraus, dass sie während ihres ersten Jahres an der juristischen Fakultät eine ziemlich chaotische Scheidung durchgemacht hatte, als ihr Mann sie betrog. Sie hatte im Jorastudium durchweg gute Noten, engagierte sich in Teilzeit für wohltätige Zwecke und hatte alle Merkmale einer guten Bürgerin, die in einem gutbürgerlichen Viertel mit angesehenen Eltern aufgewachsen war. Einer ist Arzt, der andere Künstler und zwei ältere Brüder. Einer ist Geschäftsinhaber, der andere Arzt. Als ich Shirley abholte, sah sie großartig aus dezente, aber stilvolle Kleidung, leichtes Make-up, attraktive Frisur, keine falsche Brille. Ich bat darum, ihre Mitbewohnerin zu sehen, bevor wir gingen. Ich unterhielt mich mit meiner Nachbarin und schenkte ihr zwei Eintrittskarten für ein Konzert in einem örtlichen Veranstaltungsort am folgenden Wochenende. Das beeindruckte sowohl sie als auch Shirley. Das Abendessen mit Shirley war die seltsamste Erfahrung meines Lebens. Nach dem Small-Tag auf dem Weg zum Restaurant, dem teuersten in unserer Stadt, zumindest meiner Meinung nach, hatten wir erst eine Minute gesessen, als sie sagte, wir müssen doch keine grundlegenden Informationen übereinander austauschen. Oder Lukas. Was ich meine, ist, dass ich bereits fast alle relevanten Fakten über deinen Hintergrund aus den Ermittlungen kenne, die Polizei und Staatsanwaltschaft vor deinem Prozess gegen dich geführt haben und ich bin sicher, dass du erfahrene Leute hast, die sich eingehend mit mir befasst haben. Warum gehen wir nicht einfach dazu über, wie wir ticken, was uns glücklich macht, was unsere Ziele im Leben sind, wichtige Dinge wie, wo wir zur Schule gegangen sind, wie viele Kinder es in unseren Familien gibt, USW. Ich war überrascht, aber nicht so sehr, wie ich vielleicht gedacht hätte. Die Nachforschungen, die ich über Shirley angestellt hatte und der Austausch von Informationen während unseres 101-minütigen Abendessens führten dazu, dass ich sie so gut kannte wie niemand sonst in meinem Leben. Wir mussten das Dessert auslassen, um pünktlich zur Vorstellung zu kommen, aber da wir beide erklärten, dass wir keine großen Dessert-Fans sind, war das kein großes Problem. Die Mausefalle ist ein komodiantischer Krimi von Agatha Christie mit einer Auflösung am Ende. Keiner von uns hatte das Stück je zuvor gesehen, aber wir fanden es beide toll und waren der Meinung, dass sich die mehr als zwei Stunden, die wir damit verbracht haben, gelohnt haben. Als die Vorstellung endete, war es etwa elf Uhr Uhr. Shirley fühlte sich bei Hautkontakt immer wohler und ich lernte ihren Körper und ihre Persönlichkeit immer mehr zu schätzen. Als wir zu meinem Auto kamen, fragte ich, möchtest du in einen Club gehen oder etwas anderes machen? Für uns 20-Jährige ist der Abend noch nicht zu spät. Sie sah mir in die Augen wie eine Kobra oder eine Manguste, ich konnte nicht sagen, welche, ihre Beute lange anschaut, bevor sie antwortet. Ihre Antwort auf eine Frage war wirklich der überraschendste Teil eines erstaunlichen Abends. Nach einem tiefen Atemzug fragte sie, hattest du schon einmal Sex beim ersten Date? Ich brauchte eine Weile, bis ich die Frage begriff, aber ich bat sie nicht, sie zu wiederholen. Meine überlegte Antwort war, nein, warum fragst du? Nun, wir kennen uns so gut wie Leute, die sich seit Monaten jedes Wochenende treffen. Das Einzige, was wir nicht voneinander wissen, ist, wie kompatibel wir zwischen den Laken sind oder auf dem Küchentisch oder im Schwimmbad oder Sie machte eine Pause. Du verstehst schon, ich fühle eine starke sexuelle Anziehung zu dir. Wenn du dasselbe für mich empfindest, dann lass uns diese Nacht die erste für uns beide sein, sagte sie stoisch und lächelte dann breit. Ich rückte näher an sie heran, umarmte sie und gab ihr eine Reihe von kurzen Küssen mit zunehmender Leidenschaft. Der letzte Kuss war nicht kurz, sondern dauerte gut zwei Minuten und bestätigte mir, dass sie gut küssen konnte und eine sehr herzliche Person war. Als wir den Kuss beendeten, fragte ich, willst du meine Gravuren sehen? Sie lachte und antwortete, nur dumme Menschen gehen eine intensive Beziehung ein, nachdem sie gerade einen betrügerischen Ehepartner losgeworden sind. Shirley durch Scheidung, ich durch Mord. Offensichtlich sind Shirley und ich Idioten. Als wir zu meinem Haus kamen, war unsere sexuelle Begegnung nicht intensiv. Wir haben uns nicht gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen. Stattdessen standen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber und sahen uns in die Augen. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass ich Shirley's Persönlichkeit und ihren Körper wirklich mochte. Jeder Teil ihres Körpers, den man erkennen konnte, wenn sie angezogen war, sah perfekt aus, mit Ausnahme ihres Hinterns. Nichts war zu groß und nichts war zu klein. Da ich große, feste Hintern mag, war ich begeistert. Langsam und methodisch zog Shirley mein Hemd aus, nur nach Gefühl, denn ihre Augen waren direkt auf meine gerichtet. Als sie es ausgezogen hatte, beschloss ich zu sagen, was ich auf dem Herzen hatte. Ich möchte dich auf dem Küchentisch ausschimpfen. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete sie. Beug dich darüber oder ich lege mich auf ihn. Das Letzte ist, dass du alles selbst machst, kicherte sie. Ich küßte sie und hob ihre wohlgeformten Hüften an, so dass ihre Beine auf meinem Oberkörper lagen und ohne den Kuss zu unterbrechen, obwohl ich gegen ein paar Wände stieß, weil meine Augen praktisch geschlossen waren, trug ich sie in die Küche. Zum Glück lagen auf dem Tisch nur Dokumente und ein paar Edelstahlteile, nichts Zerbrechliches, denn ich fegte sie mit einer Hand vom Tisch. Dann legte ich ihren Hintern auf den Tisch und unterbrach den Kuss, als wir uns wieder ansahen. Ich griff unter ihr Kleid, um ihre Unterwäsche zu entfernen, konnte sie aber nicht finden. Du bist wirklich schlecht darin, nicht wahr? Lächelte sie und gluckste. Zur Hölle, ja, hob ich ihr Kleid an und stürzte mich sofort auf ihr Geschlechtsteil mit einer solchen Begeisterung, wie ich es noch nie in meinem Leben getan hatte. Sie lehnte sich auf dem Tisch zurück und stöhnte bald auf. Sie kam so schnell zum Höhepunkt, dass es, wenn sie ein Rennwagen wäre, so wäre, als würde sie in zwei Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigen. Als sie von ihrem Höhepunkt zurückkam, murmelte sie, ich dachte, du wolltest mich ficken. Ich war noch ein wenig hungrig, also habe ich beschlossen, zuerst einen Snack zu essen, murmelte ich. Bastard, sagte sie, setzte sich auf und schnallte meinen Gürtel ab. Ich küßte sie erneut. Der Sex mit ihr war atemberaubend. Ich bewegte mich mit einer Geschwindigkeit, die mit den 146 Beats pro Minute von Bruno Mars Lockheed Auto F. Heven vergleichbar war, während sie unartikulierte Geräusche von sich gab. Ich kam so schnell zum Höhepunkt, dass ich Angst hatte, es sei zu früh, aber anscheinend war sie genauso erregt, denn sie folgte mir und begann zu zittern, als hätte sie einen Anfall. Als es vorbei war, verlor ich praktisch das Bewusstsein. Ich fühlte mich so euphorisch wie noch nie zuvor und ihr Stöhnen verwandelte sich in einen Schnurren. Nach einiger Zeit kamen wir beide wieder zur Besinnung. Ins Bett war ihr einziger Kommentar. Ich hüpfte herum, bis ich meine Schuhe, Hosen, Boxershorts und eine Socke ausgezogen hatte, während sie ihr Kleid über den Kopfzug und ihren BH öffnete. Sie sprang in meine Arme und ich küsste sie regelmäßig, wobei ich hin und wieder gegen Wände stieß, als ich die Treppe zu meinem Schlafzimmer hinaufstolperte. Obwohl es keine bewusste Entscheidung unsererseits war, verbrachten wir schließlich das ganze Wochenende miteinander. Schorli hatte keine Probleme im Bett und wir haben alles mit ihr ausprobiert, was wir wollten. Außerhalb des Bettes war sie angenehmer als jede andere Frau, die ich kannte. Fröhlich, aufrichtig, zärtlich, verspielt und einfach, um mit ihr über eine Vielzahl von Themen zu sprechen, von den banalen und alltäglichen bis hin zu den ernsten und spirituellen. Als wir am selben Tisch frühstückten, an dem wir weniger als acht und vierzig Stunden zuvor sechs gehabt hatten, erinnerte ich mich plötzlich daran, worüber wir in meinem Büro gesprochen hatten. Zwischen dem Verzehr eines Käseomelettes fragte ich Schorli, da wir dieses Wochenende so viel Spaß hatten, habe ich vergessen zu fragen, ob du meine Vorschläge an Sozane und weitergegeben hast. Nachdem sie ein Stück englischen Muffin heruntergeschluckt hatte, antwortete sie, ja, Sozane war sehr zufrieden und hat mir garantiert, dass ich nächste Woche eine Vollzeitstelle bekomme. Sie kaute und schluckte einen weiteren Bissen des Kuchens hinunter, dann fuhr sie fort, aber sie sagte mir, ich solle ihm nichts von diesem Vorschlag erzählen. Jeder, auch er, weiß, dass du der Grund für seine Wahlniederlage bist und er könnte mein Shop-Angebot zurückhalten, wenn ich ihm sage, dass du es warst, der das gesagt hat. Außerdem glaubt sie, dass er sich niemals entschuldigen wird und außerdem will sie, dass dein Prozess gegen ihn weitergeht. Ich nickte zustimmend, während ich weiter aß. Eigentlich ist es lustig, dass Sozane dich gefragt hat, ob du an ihr interessiert bist. Ich persönlich glaube, dass sie trotz deiner Tirade gegen sie am letzten Tag des Prozesses auf eine Beziehung hofft. Nach dieser Bemerkung schenkte sie mir ein böses Grinsen. Ich grinste zurück. Das wird nicht passieren. Ich habe etwas Besseres gefunden, lächelte ich und beendete mein Frühstück. Als ich vor Schorlis Haus parkte, war sie so offen wie kein anderer Mensch in meinem Leben. Also, Lukas, wir kennen uns jetzt seit ein paar Tagen und haben festgestellt, dass wir mit dir im und außerhalb des Bettes besser zurechtkommen als mit jedem anderen, den wir je gekannt oder für möglich gehalten haben. Weißt du, was du tun würdest, wenn du wirklich schlau wärst? Kicherte sie und küsste mich dann mit einem schnellen, aber bedeutungsvollen Kuss auf die Lippen. Du würdest mich fragen, ob ich dieses Wochenende bei dir einziehe, mit der Idee, dir einen Ring zu schenken, nachdem wir ein paar Monate zusammen gelebt haben. Nach einem weiteren Kuss und einem Lächeln ging sie zur Tür hinaus, wackelte mit ihrem schön großen, festen Hintern und ging ins Gebäude, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich dachte etwa 30 Sekunden lang nach, dann nahm ich mein Handy heraus, wählte die Nummer, die jetzt die Nummer 1 in meiner Kontaktliste war und als Stalli antwortete, sagte er, hör mal, Schürli, ich habe gerade eine bessere Idee. Warum ziehst du nicht nächstes Wochenende bei mir ein? Was? Das ist so unerwartet. Bist du sicher? Fragte Schürli. Ja, ich habe viel nachgedacht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, okay. Sie lachte, aber du wirst meinen Anteil an der Miete zahlen müssen, weil Jodi es nicht selbst tun kann und beendete das Gespräch. Knifflig. Ich lächelte vor mich hin. Ich könnte noch viele Seiten darüber schreiben, wie dumm wir waren, uns auf eine Beziehung einzulassen, wie erstaunlich es war, dass es nicht nur funktionierte, sondern unser Leben besser machte, als es hätte sein können, wie beide meine Wohltätigkeitsarbeit akzeptierten, obwohl sie eine harte Staatsanwältin war und wie alles in der Welt richtig war. Aber eine Episode wird ihnen alles sagen, was sie wissen wollen. Ich war im Gerichtssaal, als Schurli Worthington, im achten Monat schwanger, ein meisterhaftes Schlussblädoyer in Will Watzons Prozess wegen Mordes und Behinderung der Justiz im Zusammenhang mit dem Tod von Ashley Worthington und Pratsidli hielt. In ihrem Schlussblädoyer überzeugte sie alle, dass Watzon in Ashley verliebt war, sich darüber empörte, dass sie eine Affäre mit Sidli hatte und beschloss, Sidli zu töten, um sie unter seine Kontrolle zu bringen und mir etwas anzuhängen. Leider war er unvorsichtig, als ihr auf Sidli schoss und eine Kugel ging durch ihn hindurch und traf Ashley, die dadurch getötet wurde. Als die Geschworenen den Gerichtssaal verließen, umarmte und küßte ich Scherli, streichelte sanft ihren Bauch und sagte ihr, wie stolz ich auf sie sei. Als wir vom Nachmittagstee zurückkamen, war nicht mehr als eine Stunde vergangen, seit die Geschworenen mit ihren Beratungen begonnen hatten. Sie hatte die Nachricht erhalten, dass die Geschworenen zu einem Urteil gekommen waren. Nachdem der Serschant Major schuldig in allen Anklagepunkten gesagt hatte, wartete ich, während Shirley die Glückwünsche aller Anwesenden entgegennahm, sogar die des gegnerischen Anwalts. Als ich an der Reihe war, ihr zu gratulieren, flüsterte ich ihr ins Ohr, heute Abend werde ich dir ein schönes Schaumbad gönnen. Ich werde dir dein Lieblingsessen aus dem teuersten italienischen Restaurant der Stadt liefern lassen. Ich gebe dir eine Fußmassage und dann werden wir Sex haben. Shirley lächelte, küsste mich und sagte, klingt nach einem guten Plan. Jetzt, wo du mich hast, kannst du mich wenigstens nicht mehr schwängeln.